Hallo und herzlich willkommen bei Superbob Super Shop. Mein Name ist Superbob und das ist meine Partnerin Kate. Hi! Auch heute haben wir wieder ein außergewöhnliches Produkt für Sie. Kennen Sie das? Es ist kalt und dunkel und Sie wissen nicht, was Sie tun sollen. Oder Sie haben sich verlaufen und wissen nicht, wo Sie sind. Das sind leider weitverbreitete Probleme. Doch diese Zeit der Ungewissheit kann für Sie bald Geschichte sein, denn wir präsentieren unser neuestes Produkt, den Flammenborn. Nehmen Sie einfach eines der speziell präparierten Hölzer und reiben Sie es an der vorgesehenen Stelle, um Licht und Wärme zu erzeugen. Durch speziell gezüchtete Bäume steckt das Holz voller mächtiger Arcana-Energien, die nur darauf warten, von Ihnen genutzt zu werden. Unsere mächtigen Schamanen haben auch die Seite der Packung entsprechend bearbeitet, damit auch Sie die Energien freisetzen können. Viele unserer Kunden haben sich bereits erfolgreich die Macht des Feuers zu eigen und zunutze gemacht. Franziska aus Kalifornien sagt uns beispielsweise, dass sie den Flammenborn genutzt hat, um der Party zur Feier des Geschlechts ihres Kindes einen gewissen Extra-Kick zu geben. Und Pyro von der Zinnoberinsel ist begeistert, dass er nun seinen flammenden Freunden ein wenig Extra-Energie zukommen lassen kann. Ein brandheißes Produkt, das wirklich in keinem Haushalt fehlen darf. Bis zum nächsten Mal! Denn wir präsentieren Ihnen den Flammenborn. Nehmen Sie einfach eines der speziellen... Das ist gut. Das ist gut.